Die U5 kommt. 24 Kilometer, 23 neue Haltestellen. Eine neue Lebensader für unsere Hansestadt. Die U5 ist das größte U-Bahn-Projekt Deutschlands. Mit einer Länge von knapp 6 Kilometern und vier neuen Haltestellen hat dieser erste Bauabschnitt richtig in sich. Und so wird er gebaut. Die U5 wird größtenteils unterirdisch verlaufen. Nur an der Sengelmannstraße kommt sie kurz ans Tageslicht. Da, wo zukünftig die vier neuen Haltestellen entstehen, müssen zunächst Baugruben ausgehoben werden. In der City Nord folgt nun der Bau der Haltestelle in der Baugrube. Währenddessen wird die bestehende Haltestelle Sengelmannstraße zu einer komfortablen Umsteigehaltestelle umgebaut. Und zwischen ihnen entsteht ein Tunnel. Ab 2027 geht's auf diesem Streckenabschnitt bereits mit dem Probebetrieb von Hamburgs erster vollautomatischer U-Bahn los. Und ab 2029 können die Fahrgäste den ersten Abschnitt der U5 selbst erleben. Für den weiteren Tunnel zwischen Sengelmannstraße und Bramfeld kommt eine Tunnelbohrmaschine zum Einsatz. Die ist mit ihren 110 Metern Länge ein ordentliches Kaliber. Unterirdisch bohrt sie sich rund 8 Meter pro Tag vorwärts und macht dabei zwei Sachen gleichzeitig. Vorne gräbt sie das Tunnelloch und setzt direkt dahinter Betonelemente an die Wände. In Bramfeld taucht die Maschine wieder auf und hat bis dahin einen fertigen Tunnel geschaffen. Jetzt können auch die anderen drei Haltestellen gebaut werden. Danach müssen Tunnel und Haltestellen noch mit Gleisen und Technik ausgestattet werden. Und dann ist der erste Meilenstein geschafft. Ab 2033 kommt ihr in 26 Minuten von Bramfeld bis zum Hauptbahnhof und bald mit der U5 durch ganz Hamburg. Ab 2033 wird in 26 Minuten gegründet werden. Ab 2033 kommt ihr in 26 Minuten, dann geht es bis zum Hauptbahnhof und